Herzlich willkommen zu Titel-Story, dem Podcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung Sachsen. Mein Name ist Vera Linz und bei mir ist Dietmar Ringel. Er ist freier Journalist und war viele Jahre lang Reporter und Moderator beim Inforadio des Rundfunks Berlin-Brandenburg. Vor der Wende war Dietmar Ringel für den DDR-Rundfunk und den Jugendsender DT64 tätig. Herzlich willkommen. Ja, hallo Vera. Wir feiern in diesem Jahr ein Jubiläum. 60 Jahre ist es her, dass DT64 als Jugendstudio DT64 auf Sendung gegangen ist. Und das ist auch einer der Gründe, warum wir heute miteinander sprechen. Daneben gibt es ein weiteres Jubiläum. Auch das ist Anlass für dieses Gespräch, nämlich 35 Jahre Medienreform im Osten. Und last but not least soll es gehen um den Medienumbruch, den wir gerade wieder einmal erleben. Die Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunks ist das große Thema dieser Tage, wenn es um Medien geht. Aber schauen wir zunächst zurück, Dietmar, vor allem auf die Wendezeit. Nämlich wenige Jahre vor dem Mauerfall war aus dem Jugendstudio DT64 das Jugendradio geworden. 1990 dann gegen DT64 als Vollprogramm ans Netz. Wie hast du die Wendezeit erlebt? Also das ist eine lange Geschichte. Da muss ich aufpassen, dass ich nicht ins Erzählen komme ohne Ende. Denn das war eine verrückte und spannende Zeit. Das ging damit los, dass wir bei DT64, muss ich selbstkritisch dazu sagen, auch lange Zeit verschlafen hatten. Was sich da im Land veränderte, dass die Proteste immer größer wurden, die Unzufriedenheit der Leute. Das haben wir viel zu wenig abgebildet im Programm. Aber im Sommer und im Herbst 1990 führte dann natürlich kein Weg mehr dran vorbei. Vor allem dann, als die großen Demos in Leipzig stattfanden. Da haben wir als Erste aus Berlin unsere Reporter hingeschickt. Aber das war ja wirklich dann schon die Spätphase, kurz bevor der Laden zusammenkrachte. Und ansonsten war das die Zeit. Inhaltlich ging es vor allem um die Frage, wie gehen wir mit den Menschen um, die die DDR verließen, als dann in Ungarn der Grenzzaun geöffnet wurde. Da gab es ja die Kommentare im neuen Deutschland. Wir weinen ihnen keine Tränen nach. Und also die Leute, die uns wichtig sind, die bleiben hier. Da haben wir viel diskutiert. Wie gehen wir damit um? Da gab es erste kritische Anmerkungen, Kommentare. Ich kann mich noch erinnern, ich habe einen Kommentar geschrieben, wo ich wenigstens zum Ausdruck gebracht habe, dass man verstehen muss, dass die Leute auch Sehnsucht nach der großen, weiten Welt haben. Dass sie einfach mal raus wollen aus der Enge der DDR. Der ging dann durch viele Hände, Chefredaktionen bei DT64, bis hin zum Staatlichen Komitee für Rundfunk, wo ja die Größen saßen. Da wurde immer noch drin rumgeschrieben. Und der wurde dann in abgeschwächter Form aber tatsächlich gesendet. Das waren so kleine Dinge, wo wir gesagt haben, Mensch, hier bewegt sich was. Aber im Grunde war das eigentlich gar nichts, wenn man die Dramatik sieht, die damals im Lande geherrscht hat. Also das war die Vorwendezeit. Dann in der Wendezeit, da kommen wir ja noch hin an diesen Punkt, wo dann die alte Leitung abgesetzt wurde und wo ich dann auch in Verantwortung kam. Man muss dazu sagen, kurioserweise ist es ja so, ich wollte eigentlich weg von DT64, wollte wieder zurück in die Hauptredaktion Außenpolitik, aus der ich ursprünglich mal kam. Und das war tatsächlich im Sommer 1989. Da schickten die mich auf Parteihochschule. Dort sollte ich ein ganzes Jahr zubringen, obwohl ich erst wenige Jahre vorher mein Studium absolviert hatte. Das war üblich, dass man da nochmal rund gemacht wurde und sozusagen DDR fit gemacht wurde, bevor man ins Ausland geschickt wurde. Sommer 89, also am 1. September, ging ich zur Parteihochschule. Und ein Monat später war aber schon klar, man kann da nicht einfach sitzen, wenn im ganzen Land sich die Dinge extrem zuspitzen. Ganz viele Leute sind von der Parteischule dann wieder weggegangen, in ihre Betriebe, wo sie herkamen. Das waren ja schon unnormale Zustände. Sowas hätte es früher überhaupt nicht gegeben. Und so ging auch ich wieder zurück und bin dann Anfang Oktober 1989 wieder in die Redaktion zurückgegangen und kam dann genau in der Zeit wieder, wo gerade die Revolution geprobt wurde. Genau. Du bist noch vor dem Mauerfall, also am 8. November 1989, dann zum Intendanten von DETE64 gewählt worden. Ehemaligen Mitgliedern der Leitungsebene wurde zuvor das Misstrauen ausgesprochen. Was genau ist denn an diesem Tag passiert? Also ich muss dazu sagen, als die Redaktion der Leitung das Misstrauen ausgesprochen hatte, war ich noch gar nicht wieder in der Redaktion. Da war ich eben noch auf der Parteihochschule und da hatte ich auch nur Wind bekommen. Da ist bei DETE also Unglaubliches passiert. Die haben einfach der Intendantin und der Chefredaktion das Vertrauen entzogen. Und als ich dann wieder zurückkam, war da im Grunde so eine Art Burgfrieden. Also die haben jetzt die Leute auch nicht rausgeschmissen. Die Intendantin machte noch ihre Arbeit, die Chefredaktion auch. Aber ihnen war gesagt worden, wir wollen und wir können mit euch nicht länger zusammenarbeiten. Und dann setzte so ein Prozess ein, muss man auch fairerweise sagen, die Chefs hatten begriffen, dass das nicht so weitergehen konnte und waren dann auch bereit, sich zurückzuziehen. Aber die Frage war eben, ja, wie geht das weiter? Weil die alten Strukturen im gesamten Funkhaus, bei allen anderen Sendern, beim Staatlichen Komitee, bei den Hauptabteilungen, das war ja alles noch wie vorher. Nur bei DETE bebte die Erde und man hat einfach DETE so mehr oder weniger machen lassen, weil das war ja auch in der DDR die Zeit, wo die alte Macht im Grunde nicht mehr funktioniert hat. So und da wurde dann gesucht, ja, dann müssen wir praktisch aus unseren eigenen Reihen Leute finden, die die Chefredaktion übernehmen. Ich war dann, wie gesagt, wieder da, war ganz normaler Redakteur und dann gab es Diskussionen auf den Fluren, wer könnte das machen? Und dann wurden ein paar Namen genannt. Es gab dann so ein schwarzes Brett, wo jeder auch ranpinnen konnte, wen er sich da vorstellt. Und irgendwann gab es dann diese Belegschaftsversammlung, wo dann gesagt wurde, ich wäre geeignet dafür, so ich hätte eine weiße Weste. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ich noch gar nicht so lange bei DETE war, eben nie in Führungspositionen war. und dass auch die alte Chefredaktion irgendwie mit der Vorstellung leben konnte, dass ich das jetzt mache, weil ich natürlich auch an diesem Putsch gar nicht beteiligt war, weil ich noch gar nicht im Sender war. Also ich glaube, ich war wirklich ein Kompromisskandidat und habe mich auch nicht so ganz wohl gefühlt in meiner Rolle, denn ich hatte ja auch von Leitung überhaupt keine Ahnung, war kein Redaktionsleiter, geschweige denn Mitglied der Chefredaktion. Ich habe dann einfach gesagt, wenn ihr das Vertrauen habt, dann übernehme ich das mit einer Chefredaktion, die das Vertrauen der Belegschaft genießt. Und dann müssen wir das aber zusammen machen. Und das war auch so. Also das war vorbei mit der Chefredakteur, segnet alles ab und verbietet und macht dies und das und jenes. Von da an war das praktisch eine kollektive Leitung beim Sender, was auch ziemlich anstrengend war, denn wir haben von früh bis spät über alles und jedes diskutiert. Aber es war offenbar ja auch sehr innovativ. Also DT64 war in der Wendezeit ja sehr innovativ. Man hat sich journalistisch mehr getraut. Es gab neue Sendungen. Inwieweit hat hier denn auch eine Rolle gespielt, dass es eine Transformation war, die, wie du es eben schon angedeutet hast, von unten getragen wurde? Ja, das war das ganz Entscheidende. Ja, es war ja in der DDR so, in den großen Medien, dass die wesentlichen Ansagen von oben kamen. Da gab es eine sogenannte AGU von der Agitationsabteilung beim ZK der SED, wo die ganzen Tabus verkündet wurden. Also an denen man möglichst nichts zu rühren hatte. Es gab zwar auch Versuche, das ein bisschen zu umgehen und abzuschwächen, was dann wieder geahndet wurde. Aber diese Spielchen, die fielen völlig aus. Es war praktisch nichts mehr untersagt. Wir konnten alles machen, was wir wollten. Also ich selber bin in die Volkskammer gegangen, habe da den persönlichen Mitarbeiter von Hans Modrow, der ja Ministerpräsident wurde, angesprochen und habe einfach gesagt, wir wollen den Modrow im Studio haben, den Regierungschef zu DDR-Zeiten, also zu normalen alten DDR-Zeiten unvorstellbar. Und der war wirklich eine Woche später da, habe ich mit dem eine Stunde ein Interview geführt, unter anderem ihn auch gefragt, was er verdient und wie er sich das so vorstellt, wie es weitergehen soll. Also aus heutiger Sicht nichts Revolutionäres, aber für damals unglaubliche Dinge. Ja, dann gab es nach dem Mauerfall ganz schnell Versuche, Kontakt aufzunehmen mit Redaktionen in West-Berlin und in der alten Bundesrepublik. Ganz viele gemeinsame Sachen gemacht, Erfahrungsaustausch gemacht. Dann haben wir, das war eigentlich ein Service-Radio. Es veränderte sich ja von heute auf morgen in der DDR. Immer gravierendes Betrieb beschlossen, dann die ganze Stasi-Aufarbeitungsgeschichte, dann verschwanden irgendwelche Unterlagen. Beim Zentralrad der FDJ ging es um die teure Veranstaltungstechnik, die sich einige versuchten unter den Nagel zu reißen. Da riefen uns Hörer an und sagten, ihr müsst unbedingt hierher kommen, hier passieren Dinge, das müssen wir euch zeigen, müssen wir euch erzählen. Das ging so weit, ich weiß jetzt nicht mehr wo genau, aber in Mecklenburg-Vorpommern, aus einem Gefängnis kam von Insassen ein Hilferuf, wir wollen unsere Haftbedingungen verbessern und wir machen jetzt hier einen Streik und wir fordern, dass Reporter von DT64 herkommen und das hier transparent machen. Wir haben Leute hingeschickt, die durften dann auch rein. Also all solche Sachen haben da stattgefunden und genauso haben wir es mit unserem Programm gemacht. Wir haben also sofort uns zusammengesetzt in Arbeitsgruppen, Früh, Mittag, Nachmittag für die einzelnen Sendeachsen, was man verändern kann. Und dann haben wir an dem Programm geschraubt und haben das den aktuellen Gegebenheiten angepasst und mussten eben auf keine inhaltlichen Vorgaben mehr Rücksicht nehmen und man muss dazu sagen, in der Spätphase der DDR hatten wir auch noch Geld, weil das Geld kam ja aus dem Staatshaushalt, das war eingestellt, das war für die Mitarbeiter, für alle Sendeprojekte, war es klar, das lief und da hatten wir auch keine Geldnot. Wir konnten also wirklich machen, was wir wollten. Und DT64 war ja auch ein Ost-West-Integrationsmedium, wenn ich das mal so sagen darf. Ich erinnere mich zumindest selbst dran. Ich bin 1992 zum Sender gekommen, dass da eine ganze Menge westdeutsche KollegInnen in der Redaktion waren. Also ich fasse mal zusammen, Transformation von unten, Ost-West-Redaktion, hatte das so ein bisschen eine Vorbildfunktion DT64 aus heutiger Sicht betrachtet? Das könnte man vielleicht sagen. Also ja, ich erinnere mich auch, das war dann wirklich eine gemischte Redaktion. Es kamen ganz viele junge Leute, zum Beispiel vom alten West-Berliner Radio 100. Das war so ein linksalternatives Radioprojekt. Da kamen viele aber auch welche, die überhaupt noch nie Radio gemacht hatten, die einfach gesagt haben, wir hätten hier Lust mitzumachen. Und damals konnte man auch einfach sagen, dann macht es doch einfach. Ja, die wurden jetzt auch nicht alle fest angestellt, was bis dahin ja zu DDR-Zeiten üblich war. Sondern dann waren eben auch viele freie Mitarbeiter da. Also das war auch so eine Zeit, wo man schnell reinkam in dieses Medium. Was natürlich befremdlich war, aus Sicht vieler war, dass dem DDR-Rundfunk wie im Grunde allen anderen Institutionen auch neue Westchefs übergestülpt wurden. Und das war ja auch bei DT so. Also ich bin meinen Posten auch relativ schnell wieder losgeworden. Und da hat keiner gefragt, ob ich jetzt von der Belegschaft gewählt wurde oder ob ich ein alter Kader war. Sondern es wurden neue Leute geholt. Da gab es Ausschreibungen, also alles regelkonform. Aber mir wurde klar gesagt, du hast gar keine Chance. Es lohnt sich eigentlich gar nicht, dich zu bewerben. Ich habe es trotzdem gemacht und bin dann aber wieder zurück in die Redaktion marschiert. Und in allen anderen Sendern und in den ganzen zentralen Einrichtungen des Rundfunks war das auch so. Da kamen Westchefs. Und dann gab es ja den Rundfunkbeauftragten, der aus Bayern kam, Reinhard Mühlfenzel, der da wieder straff durchregiert hat. Also es waren nicht alte Zeiten. Das stimmt nicht. Ja, aber es wurde sehr von oben wieder reinregiert. Das fand ich befremdlich. Aber in den Redaktionen selber, das waren super Kollegen und da wurde wirklich Ost-West gelebt. Das war, hat überhaupt keiner mehr diskutiert, ob du aus dem Osten oder aus dem Westen kommst. Das bringt uns zur Medienreform im Osten generell. Wissenschaftlerinnen kritisieren ja zum Beispiel, dass es keine Idee gegeben habe für ein gesamtdeutsches Medienkonzept. Stattdessen habe es nur einen Institutionentransfer von West nach Ost gegeben. Wie bewertest du diesen Prozess? Hätte es überhaupt anders funktioniert? Tja, das ist die große Frage. Man müsste die Uhr zurückdrehen und dann mal ausprobieren, was auch noch möglich gewesen wäre. Aber aus meiner Sicht war das einfach das Überstülpen des Westmodells auf den Osten. Was die Zeitungslandschaft angeht, war das einfach das kapitalistische Modell. Die Großverlage sagen, wo es lang geht, wird dem Osten übergestülpt. Damit lässt sich ja viel Geld verdienen. Die ganzen Zeitungen in der DDR, obwohl das ja mehr oder weniger Propaganda-Instrumente waren, die hatten ja Riesenauflagen. Die hatten einen Vertrieb, die hatten einen Kundenstamm. Damit ließ sich ja eine Menge Geld verdienen. Es gab ein super Buch von Mandy Dröger, Kommunikationswissenschaftlerin, Pressefrühling und Profit heißt der. Da habe ich viele Jahre nach der Wende noch mal gelesen, wie das im Detail abgelaufen ist. Ich muss ja sagen, damals hat man so viel um die Ohren gehabt. Ich habe mich eben mehr ums Radio gekümmert und nicht so sehr um die Presse. Da hat man nur gemerkt, wie sich die Inhalte dann der Zeitung verändert haben. Nachdem die so ähnlich wie Rundfunk und Fernsehen ein Jahr lang wirklich revolutionär waren, in dem die Redaktionen einfach das gemacht haben, was sie immer schon gerne gemacht hätten, nämlich guten Journalismus und an der Realität dran sein. Da kam dann auch die Umstellung, die Westverlage, die anderen Inhalte. Dann kam natürlich die notwendige Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit, aber gefüllt eben auch mit vielen Dingen, die in die neue Zeit reinpassen sollten. Sprich, was die Treuhand veranstaltete, das wurde dann eben auch nicht kritisiert, sondern gut geheißen und der ganze DDR-Dreck muss weg, so nach dem Motto. Das las man dann eben überall und zwar auch sehr einseitig und zugespitzt in dieser Phase, als dann diese Umstellung vollzogen war. Und die ganzen jungen DDR-Medien bei den Gedruckten, zum Beispiel die andere oder die Ost-Taz, die dann zwar in der West-Taz aufging, aber so wirklich eigenständige Ostgewächse, die hatten überhaupt keine Chance, weil eben der Kapitalismus mit den Westmonopolen zuschlug. Die großen Verlage waren da und fertig war die Laube. So, und was beim Rundfunk passierte und beim Fernsehen, wissen wir ja, da gab es dann einen Vertrag, der besagte, dass die Einrichtung abzuwickeln ist bis zum Zeitpunkt so und so, wenn sie bis dahin nicht in neue Trägerschaften überführt wurde, die den Westgegebenheiten entsprechen. Das wären eben Landesrundfunkanstalten gewesen oder Privatisierung, wie auch immer. Und dann haben sich ja die Landesrundfunkanstalten gegründet und Teile des DDR-Rundfunks und des Fernsehens sind dort eingegangen und andere wurden eben abgeschaltet. Also das ganze Instrument war natürlich den Osten, dem Westen anzugleichen. Und da sehe ich schon Auswirkungen bis heute. Natürlich hat es auch gute Sendungen gegeben und tolle Leute, alte, die weitermachen konnten, weniger, viele neue, die dazu gekommen sind, die auch zum Teil wirklich gut waren. Aber es war diese ganzen speziellen Ostprobleme, so wie wir das bei DT gemacht haben, sich wirklich um das kümmern, was die Leute in dem Moment umgetrieben hat, was ihre Probleme waren, das rutschte dann eben teilweise wieder raus. Und das war schade. Und bis heute diskutieren wir ja darüber, ob sich die Ostler in den Medien entsprechend wiederfinden. Ich glaube, das Problem ist damals aufgemacht worden. Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ist hier auch die Ursache dafür zu suchen, dass sich die Ostdeutschen, ich sage mal in Anführung, von den Medien nicht verstanden fühlen und sich viele Menschen inzwischen ja auch abwenden? Ja, ich denke schon. Das sind Strukturprobleme entstanden, die bis heute nachwirken. Mittlerweile kommt, glaube ich, noch hinzu, dass es eine gewisse Abgehobenheit gibt. Ich habe ja lange selber beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk gearbeitet und will jetzt nicht meine alten Kollegen oder den Laden schlecht machen. Es gibt viele gute Seiten, gerade am öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Aber es gibt eben auch so ein bisschen das Kreisen in so eigenen Sphären und zu wenig Bereitschaft, sich zu öffnen, auch mal Risiko einzugehen und ungefiltert einzufangen, was die Menschen bewegt, auch wenn das eben jetzt nicht so ist, wie man es gerne hätte. Ich habe manchmal den Eindruck, da ist so ein bisschen Wunschdenken dahinter, sich die Dinge schönzureden und das wirkliche Leben nicht so ins Programm zu lassen, wie das unbedingt nötig ist. Das ist, glaube ich, ein Kernproblem. Aber das war damals eher jetzt nicht so die Sache. Das waren die Strukturfragen. Das ist aber das, wo ich denke, da muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk heute dran arbeiten, wenn er wirklich eine gesicherte Zukunft haben will. Und da würde ich rückblickend sagen, das hatte DT64, glaube ich, schon ganz gut drauf, sehr authentisch und sehr nah an der Realität zu sein mit seiner Berichterstattung. Ja, genau. Das war ja unsere Erfahrung. Plötzlich, als der Deckel weg war, als wir eben nicht mehr vom Zentralkomitee und von den ganzen nachgeordneten Leuten und von der eigenen Schere im Kopf, das muss man ja dazu sagen, wenn man ein paar Jahre Journalist gewesen ist in der DDR, dann wusste man ja, was sowieso nicht geht. Und da fragt man dann gar nicht mehr. Ja, also wenn man jetzt nicht wirklich so eingestellt ist, dass man immer aufs Ganze gehen will. Aber wer hält das schon durch ein ganzes Berufsleben lang? So, das war alles weg. Und plötzlich hat das einen Riesenspaß gemacht. Ich will ja nicht sagen, dass wir alles super und richtig gemacht haben. Aber das war die neue Erfahrung, was Journalismus kann. Und das vermisse ich heute. Ja, auch wirklich dieses auf Risiko gehen und unmittelbar Dinge einfangen, wie sie passieren. Es wird viel zu oft abgewogen. Und ob das denn geht und ob das denn richtig ist und ob man das denn sagen darf und ob man denn mit solchen Leuten überhaupt reden kann. Ja, also die Frage, die stellte sich 1989, 90 überhaupt gar nicht. Mit solchen Leuten meint zum Beispiel auch den politischen Gegner oder Leute, die einem politisch Suspekt erscheinen. Ja, natürlich. Also das war ja gerade auch 1989. Die Leute um Vera Wollenberg, später Vera Lengsfeld dann, oder Marianne Birtler, oder mir fallen sie gerade alle gar nicht mehr ein, die Namen. Ja, die saßen dann plötzlich auch im DT64-Studio. Die waren also misstrauisch uns gegenüber, weil die wussten natürlich, wir Redakteure haben die vorher ignoriert. Von vielem hatte man auch gar keine Ahnung, wenn man nicht selbst zu dieser Szene dazugehörte. Oder Leute kannte, die in der Szene dabei waren. Ja, das war natürlich auch beschämend für uns Redakteure. Da kamen plötzlich Leute, die die DDR nicht abschaffen, sondern verändern wollten. Eben diese Oppositionellen, die auf der Straße waren, mit dem Spruch, die Freiheit ist immer auch die Freiheit der Andersdenkenden, mit Rosa Luxemburg. So sind die auf die Straße gegangen und da haben wir dann plötzlich gemerkt, was haben die doch für tolle Ideen. Und da saßen die, oder Wolfgang Thierse, junger SPD, Ost-SPD, die da gegründet wurde. Und die haben ganz sympathisch und nett und klug diskutiert. Und das war plötzlich selbstverständlich, das neue Forum. Ja, da war ja vorher die große Frage, lässt man sich mit solchen Leuten ein? In der späten DDR versuchten die ja, sich registrieren zu lassen, als eine zugelassene Bewegung. Und das wurde also sehr als Suspekt betrachtet. Also wie gesagt, das war für mich eine tolle Erfahrung, auch teils eben beschämend, dass man das so lange ignoriert hat. Und davon, glaube ich, muss man heute auch ein bisschen lernen, dass man sich nicht einreden lässt, mit so bestimmten Schmuddelkindern redet man gar nicht. Nun stehen wir wieder vor einer Medienreform, einer Reform des öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Und du hast es schon erwähnt, es gibt eine Debatte darüber, wie muss der öffentlich-rechtliche Rundfunk funktionieren? Auch andere Medien auch. Aber ich bleibe jetzt mal beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Das sind also Dinge, die du schon beschrieben hast, die dir in dieser Debatte fehlen, so etwas kontroverser zu diskutieren, was Journalismus eigentlich kann und soll. Ja, genau, das ist der Punkt. Also ja, ich weiß natürlich, der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der muss auch über Geld reden. Er wird ja schließlich von den Menschen finanziert, die Fernsehen gucken, die Radio hören. Und das kann man nicht an den Leuten vorbeimachen. Und man kann auch nicht unendlich die Rundfunkgebühren erhöhen. Das geht nicht. Aber mir dreht sich zu viel in dieser Debatte ausschließlich ums Geld und um Strukturen. Dann wird natürlich gefeilscht. Ja, ich verstehe, es geht um Arbeitsplätze. Es geht um Arbeitsbedingungen, auch für viele freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das gehört alles mit dazu. Aber im Grunde muss doch die Frage vor allem sein, welche Inhalte wollen wir denn in den Mittelpunkt rücken? Und wie schaffen wir, dass das ein lebendiges Programm bleibt, das eben die Lebenswirklichkeit der Menschen abbildet? Und da, finde ich, wirklich hinkt die Debatte zurück. Also ich würde mir das wirklich sehr wünschen. Ich bin auch der Meinung, dass es ein bisschen überorganisiert ist und dass es immer noch Doppelt- und Dreifachstrukturen gibt, wo man auch abspecken muss. Ja, weil mitunter findet man ja die Programme gar nicht mehr und denkt sich, was gab es denn da eigentlich noch? So und so viel Hörfunkprogramme, die auch parallel senden und so weiter. Ja, das kann auch schmerzlich sein für die Betroffenen vor allem, die dann vielleicht nicht mehr so gute Arbeitsmöglichkeiten haben. Aber an dieser Schraube darf man auch nicht unendlich drehen, weil gerade was die vielen Freien angeht, die ja vor allem im journalistischen Bereich tätig sind, also wenn man denen das Leben so schwer macht und wenn die immer drauf schauen müssen, ob sie am Ende auch auf ihr Geld kommt, dann werden die auch inhaltliche Zugeständnisse machen und sagen, na, dann nehme ich eben das und mache das, was sich am besten verkauft. Ich muss mein Geld einspielen. Also man muss auch eine bestimmte Denk- und Handlungsfreiheit haben und da braucht es natürlich ein gewisses Grundeinkommen auch, dass man dann frei ist in seinem Handeln und in seiner Berichterstattung. Also dieses Zusammenspiel, das ist, glaube ich, entscheidend und zurzeit ist das über Strukturen reden und über Geld reden das beherrschende Thema, finde ich. Und das darf so nicht bleiben. Noch eine Frage mit Blick auf den Osten, weil auch das ist ja aktuell wieder ein großes Thema, diese Kluft zwischen Ost und West, dass der Osten sich auch nicht richtig wahrgenommen, nicht richtig gesehen fühlt von den Medien und von den Menschen aus dem Westen. Welche Medien braucht der Osten in der heutigen Situation? Was würdest du sagen? Ja, das fällt mir ehrlich gesagt ein bisschen schwer, weil ich glaube, der braucht nicht wirklich andere Medien als der Westen. Natürlich die Zeitungen, die hier im Osten erscheinen, die regionalen oder die dritten Programme der ARD oder die Hörfunkwellen der Ostsender, die müssen eben rangehen an die Leute. Für die gilt das, was ich gerade gesagt habe, was ich mir von denen wünsche. Wenn ich hier das dritte Fernsehprogramm vom rbb einschalte, dann will ich die Lebenswirklichkeit der Menschen hier sehen. Und das passiert ja auch, wenn ich mir Brandenburg aktuell oder die Abendschau angucke. Aber rundherum ist mir da viel zu wenig. Das ist mir einfach dann auch zu langweilig, was da 24 Stunden abgespult wird mit Wiederholungssendungen. Und natürlich muss auch ein bisschen was Buntes passieren, eine Familienserie und sowas. Aber da ist mir zu wenig regionales Leben drin. In den großen Medien, in den übergreifenden, also das Erste oder das ZDF oder die bundesweit erscheinenden Zeitungen, da wird der Osten, finde ich, immer noch als Problemfall abgebildet, viel zu häufig. Dann kommt zwischendurch mal irgend so was Nettes. Ach, ganz so schlimm ist der Osten ja doch nicht. Und dann geht das aber wieder von vorne los. Der Osten ist kein Problemfall, sondern der Osten ist Teil des großen Ganzen. Und das hängt alles mit allem zusammen. Und ich finde, man muss auch noch mal zurückgehen in die Wende- und Nachwendezeit. Ich hatte den Eindruck, vor Beginn der Corona-Krise kam da gerade einiges in Bewegung. Da hatte ich auch beim RBB mehrere Diskussionssendungen mit. Da wurden Bücher geschrieben. Da wurden noch mal Treuhanddiskussionen aufgemacht. Nicht um die Zeit zurückzudrehen, was nicht geht, aber um ehrlicher zu sein und noch mal die Rechnung genau aufzuschlüsseln. Wer hat denn woran verdient und wer hat denn zugesetzt und was wurde denn versprochen und angekündigt und was davon ist denn wirklich real geworden und was nicht. Und warum hat vieles nicht funktioniert? So, ja, das muss, glaube ich, noch mal passieren. Da hat Corona einen Punkt gesetzt und Bücher, tolle Bücher wie von Oschmann oder Katja Heuer werden ja weitergeschrieben. Und das ist auch wichtig. Aber sowas müsste sich in den großen Medien auch häufiger wiederfinden. Mehr Lebenswirklichkeit brauchen wir, sagt der Journalist Dietmar Ringel. Das war die achte Folge von Titel Story. Ganz herzlichen Dank. Ja, gern geschehen. Titel Story 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 Titel Story